Moin, wie wir angekündigt haben, haben wir diese chillige Farbe für euch, wie ihr sie rauf machen könnt und wie ihr sie bekommen könnt. Das Ganze geht sehr einfach. Ihr müsst erstmal auf Lackierung gehen, Primäre und dann auf Metallic und sucht ihr dann die Farbe Schafter Lila. Genau, Schafter Lila war das. Ja, und dann noch Perleffekt und dann rennt Gelb. Und eigentlich war es das schon wieder. Es geht recht schnell. Ich finde aber diese Farbe ist mega geil und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr natürlich gut abstimmen, diese Video. Und dann kommen noch mehr diese chilligen Sachen, aber auch mit natürlichen, ja, anderen, noch krasseren Designs, die kann ich euch dann noch zeigen, ein chilligeres Paintjob machen. Ja, also das war es von mir, Leute. Haut rein. Ciao. 1, 2, 3, go!